Obstiebkofen. Obstiebkofen, das heisst, dass man es anschreven lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Anschreven. Anschreven, das wäre für uns immer etwas Schreckliches gewesen. Man hat immer gesagt, Kinder, lasst nie anschreven, dort leben, verzichten. Und da sind wir schon bei Gefahren. Inzwischen haben wir alle Häuser, das geht uns wunderbar, aber nicht vom Anschreven, sondern vom Sparen.